Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gelegentlich Sachen gemacht, nicht um darzustellen, oder um, sagen wir einfach, er hat manchmal Sachen gemacht, um auf praktische Art und Weise das Urteil zu erläutern und um den Leuten eine gewisse Gewissheit zu geben. Weil manchmal ist es so, dass du von einer Sache ausgehst, du weißt nicht warum, aber du trägst sie einfach in dir und du gehst davon aus. Es gibt in der Erkenntnistheorie, es gibt diverse Annahmen des Menschen, die unbewiesene Annahmen, also Dinge, die man nicht beweisen kann, aber der Mensch nimmt sie an und streitet nicht darüber. Manchmal hat man Annahmen, die zwar jetzt nicht in diese Kategorie unbedingt gehören, die man durchaus beweisen kann oder beweisen sollte, aber er nimmt sie an, weil er sie irgendwo aufgeschnappt hat, entweder aus der Umgebung oder sich zusammengebaut hat aus verschiedenen Informationen, die er hat, und er geht dann die ganze Zeit davon aus und dann plötzlich wird er damit konfrontiert, dass es nicht so ist. Und er wird eigentlich von einer Autorität davon konfrontiert, von einer Autorität, aber er sieht in sich irgendwie immer noch so etwas wie ein Unbehagen. Und um dieses, und das ist etwas durchaus Menschliches, und um dieses Unbehagen zu beseitigen, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam manchmal Sachen getan, an mich, nicht weil, beispielsweise weil er sie präferiert oder so, sondern einfach nur aus diesem Zweck. Also, ihr kennt vielleicht ein Hadith, der bei Bukhari überliefert wird, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat eine Gruppe, seine Gefährten, zu einer Mission geschickt und unterwegs haben sie gehungert. Sie haben unterwegs gehungert, ihr Proviant ist ihnen ausgegangen. Und dann haben sie, dann haben sie einen großen Wal oder einen Fisch, also ein großes Wassertierwal oder vielleicht etwas derartiges, am Strand gesehen, das an den Strand geschwommen ist, ähm, tot, ja eigentlich, vom Wasser getrieben an den Strand. Und sie waren sich jetzt nicht sicher, ob sie das essen sollen oder nicht, weil das war ja ein Kadaver. Und ihnen war ja noch nicht bewusst, dass der Kadaver vom Wasser, also Wassertiere, dass man sie verzerren darf. Also haben sie gedacht, was machen wir? Und jedenfalls sind dann, der Führer von ihnen hat dann gesagt, wir sind auf dem Weg, Allah ta'alas, und wir sind bedürftig, also essen wir das jetzt. Und dann haben sie das, dann haben sie von diesem, von diesem Lebewesen gegessen und haben auch was mitgenommen. Und dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam angekommen zurück, haben sie ihm davon berichtet, einige von ihnen haben sich beschwert, dass, äh, wir mussten das essen oder er hat uns gesagt, wir sollen das essen, weil sie ein gewisses Unbehagen hatten, ne, das sind Kadaver und, ähm, Maita und, äh, wir sind hier unterwegs und dürfen wir das essen, dürfen wir nicht essen, sie haben gedacht, nein, wohl eher nicht, manche haben das so gesagt, jedenfalls. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, gib mir auch etwas davon ab. Er braucht es eigentlich nicht unbedingt, er ist ja, äh, in der Medina, es gibt bestimmt was anderes. Aber er wollte, äh, ihnen zeigen, mit dieser, mit dieser, mit dieser Praxis, dass daran nichts verkehrt ist. Selbst wenn du nicht in der Darura bist. Ja, genau, also das, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat als Autoritätsperson manchmal Handlungen getan, um einfach nur, ihr, äh, die Herzen zu beruhigen. Und ebenfalls, äh, wie der Bericht von Abu Sa'id al-Fudri, radiyallahu anhu, der auch in den Sahihayn, übermittelt wird, äh, den kennt ihr vielleicht auch, in der längeren Geschichte, sie sind raus und, äh, da gab's, äh, einen Stammesführer, der erkrankte, der war wie gelähmt, und sie haben jemanden gesucht, der, der ihn, äh, der die Rukia macht. Das zeigt uns übrigens, dass die Muschrikun die Rukia kann. Und das zeigt uns noch etwas. Hat Abu Sa'id al-Fudri gesagt, ähm, das sind Stammesführer der Muschrikun, lasst ihn lieber so, wie er ist, hm, Stammesführer der Muschrikun, warum soll ich ihn, äh, warum soll ich die Rukia machen, lasst ihn, äh, krepieren. Ja, er hat das nicht mehr, er ist hingegangen, und hat die, hat die Rukia gemacht, daraus erinnert mir auch, dass er erlaubt ist, die Rukia über Kuffar zu machen. Äh, das ist ja, sind ja Bittgebete, die Rukia sind einfach Bittgebete. Und, ähm, er hat aber bedingt, dass man ihm etwas in Gegenleistung gibt. Das hat er aber nicht, ja, nicht eingangs bedingt, sondern nur als Reaktion. Er hat das nur bedingt als Reaktion, weil sie ihnen die Gastwirtschaft verweigerten. Sie sind dort vorbeigegangen und haben uns, äh, um Bewirtung gefragt. Sie haben es aber abgelehnt. Und später, dann haben sie jemanden nochmal rausgeschickt, um sie zu fragen, ob es unter ihnen jemanden gibt, der Rukia machen kann. Daraufhin ist er hingegangen, hat das gemacht mit der Fatiha, und hat sich Schafe geben lassen. Zurück zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wird wieder davon berichtet. Die Leute erzählen ihm davon und er lässt die Person kommen. Das war Abu Sa'id al-Khudri. Und er fragt ihn, Was liest ich denn wissen, dass er ein Rukia ist? Jedenfalls hat er ihn gefragt, aber der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat ihn, hat ja in dieser Handlung affirmiert und hat ihm gesagt, Man lasst mir auch etwas davon zukommen. Von den Schafen. Auch wegen dieses Unbehagens, was manche hatten. Ob man sowas nehmen soll, nicht nehmen soll, war die Handlung überhaupt richtig. Und er hat gesagt, gib mir auch etwas davon. Wenn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, etwas davon nimmt, hat jemand dann noch Bedenken. Es könnte ja sein, er nimmt es selbst zwar nicht. Man könnte ja sagen, er erlaubt es uns, er erlaubt es uns, nimmt es aber selbst nicht, weil es gehört sich nicht für ihn. Das ist nicht für Leute seines Reines. Aber wenn er es nimmt, entweicht jede Form von Unbehagen. Tamam. Einen ähnlichen Fall hatten wir auch in der, als die Leute, während der Umrah, oder der Hajj des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, er hatte ihnen gefohlen, sich vom Ihram zu lösen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, es war in Hudaybiyah. Sie sind ja mit der Absicht der Umrah gegangen. Und sie konnten die Umrah nicht machen und dann mussten sie sich von ihrem Ihram wieder lösen. ja nicht von diesem Weihzustand wieder freimachen. Und er hat ihnen befohlen, sich die Haare zu rasieren. Keiner hat es gemacht. Fehlt ihnen die Haare zu rasieren, keiner macht es. Sie waren alle noch so in einem Zustand der Verwirrung und Unsicherheit. und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geht zu einer seiner Frauen, das war, glaube ich, Ummu Salam, und er war zornig und sagte zu ihr, siehst du nicht, wie dein Volk reagiert? Ich sage ihnen, sie sollen sich die Haare scheren. Und dann sagte sie, geh du raus und beginn du damit. Und er ist rausgegangen, hat begonnen, alle haben ihm nachgemacht. Wir sehen also hier auch, es ist eine ganz interessante Sache, dass Gewohnheiten im Menschen, Voreingenommenheiten, selbst wenn die Vernunft dir sagt, das ist nicht richtig, dass sie nicht immer einfach zu überwältigen sind. Ich habe, glaube ich, das Beispiel schon mal von mir selbst ergeben. Jani, das Beispiel mit der Gelatine. Es gibt tausend solche Beispiele, aber ich erwähne das einfach nur, weil es nachvollziehbar ist. Gelatine, man wächst mit der Auffassung auf, dass Gelatine nicht legitim ist, wenn sie tierische Herkunft ist, von Tieren, die entweder nicht auf ordnungsgemäße Art, weil sie geschächtet worden sind oder eben nicht schächtbar sind. Irgendwann hat sich bei mir aber dann die Tendenz entwickelt dazu, dass das nicht richtig ist. Und ich war also gänzlich überzeugt davon, dass das nicht richtig ist. Aber ich habe es jahrelang trotzdem nicht gegessen. Einfach nur, weil man einen Unbehagen hat. Aber woher kommt dieses Unbehagen? Nicht aus der Überzeugung. Nicht aus der Überzeugung. Gehohnheit. Die alte Voreingenommenheit. Die alten Annahmen, die man hatte. Weißt du? Also nicht immer nur, weil dir dein Herz irgendwie erzählt oder du das Gefühl hast, das ist nicht gut, muss es auch so sein. Insbesondere, wenn das einfach nur aus der Luft hergeholt ist. Nein.